Benjamin Franklin sagte einmal, wenn du nicht planst, planst du zu scheitern. Aber manchmal kann eine Aufgabe, auch wenn sie noch so gut geplant ist, auf komische Art und Weise vom geplanten Ergebnis abweichen. Von urkomischen, gescheiterten Täuschungsversuchen bis hin zu atemberaubenden Überraschungen beim Tauchen. Wir stellen dir einige Pläne vor, die definitiv nicht so gelaufen sind wie erwartet. Die reinsten Absichten Wenn es darum geht, hinterhältige Pläne zu schmieden, um ihre Partnerin zu überlisten, können Männer manchmal ziemlich kreativ werden. Leider sind diese Pläne aber manchmal nicht so gut durchdacht, um ihre Frauen lange zu täuschen. So erging es einem Mann aus Taiwan im Dezember 2020, als er eine PS5 kaufte, obwohl seine Frau es ihm verboten hatte. Er versuchte das Beste aus der Tatsache zu machen, dass das Design der PS5 unbestreitbar wie eine Art Luftreiniger aussieht und erzählte seiner anderen Hälfte, dass das mysteriöse neue Gerät in ihrem Wohnzimmer genau das sei. Und komischerweise funktionierte das auch eine Zeit lang, bis sie die Wahrheit herausfand. Die genauen Details wie der Betrug auflog wurden nicht verraten, aber vielleicht kam die Erkenntnis, als seine Frau bemerkte, dass die meisten Luftreiniger nicht mit einem Playstation-Controller gesteuert werden können. Man kann auch nicht Call of Duty darauf spielen. Wie auch immer, der Unglückliche musste entsetzt mit ansehen, wie seine Frau die Konsole online zu einem schmerzhaft niedrigen Preis verkaufte. Alles in allem schien der hinterhältige Plan im Kopf des Mannes wahrscheinlich klüger zu sein, als er in Wirklichkeit war. Aber für eine Idee, die sowohl in der Theorie als auch in der Praxis großartig ist, abonniere Krass und erhalte jeden zweiten Tag mehr faszinierende und lustige faktenbasierte Inhalte. Den kommen wir nun zurück zu Plänen, die nicht ganz so perfekt waren. Ein Birdie schießen. Als ein Freizeitgolfer in Kent, England am sechsten Loch des örtlichen Golfplatzes abschlagen wollte, wurden die sportlichen Pläne von einem unerwarteten Gegner durchkreuzt. Als er sich zum Abschlag bereit machte, wurde sein Golfball von einer lästigen Elster vom Tee gestoßen. Elster sind zwar dafür bekannt, dass sie von Natur aus neugierig sind, aber diese Elster schien eine schelmische Ader zu haben. Wie das aufgenommene Video zeigt, schlug der Vogel den Ball wieder weg und wieder. Dann zog er sich ein wenig zurück, bevor er es wieder tat. Zum Glück ließ die Elster ihn schließlich abschlagen, anstatt den armen Kerl für den Rest des Lebens zu verfolgen. Aber ich bin mir sicher, dass er das nächste Mal, wenn er auf dem Grün abschlägt, nach dem Flügelschlag Ausschau halten wird. Mode in Verkleidung 2019 erzählte der Reddit-Nutzer Mr. Shine von einem hinterhältigen Plan, der völlig aus dem Ruder lief. Als Mr. Shine als Redakteur für ein Low-Budget-Magazin arbeitete, war das Geld zu knapp, um sich einen Modekorrespondenten leisten zu können. Aber da Mode ein immer beliebteres Thema ist, musste darüber berichtet werden. Also schmiedete Mr. Shine einen Plan. Er würde als Korrespondent arbeiten, aber um den Anschein zu erwecken, dass die Zeitschrift wirklich einen Modeautor eingestellt hatte, würde er die Artikel unter einem weiblichen Namen schreiben. Der Plan lief einige Monate lang gut und die Artikel der falschen Autoren kamen gut an. Das war, bis sie zu einer Veranstaltung eingeladen wurde, bei der neue Kleidung vorgestellt wurde. Da er anscheinend nicht bereit war, die Rolle der Mrs. Doubtfire zu spielen oder die Wahrheit zu sagen, wurde Mr. Shine die ganze List zum Verhängnis und gab sein Pseudonym für immer auf. Das ist schade, denn er hätte auch einfach so tun können, als hätten ihm seine Eltern den weiblichen Namen gegeben, ohne seine Würde zu respektieren. Unsanfte Landungen Manchmal ist ein Plan, der schief geht, einfach eine Gelegenheit zu lernen. Und wenn du noch sehr jung bist, passieren dir solche Lektionen ständig. Ein solcher Fall wurde im Sommer 2020 mit der Kamera festgehalten, als eine 5-Jährige in Whitley Bay, England versuchte, ihre Fähigkeiten mit dem Roller auf dem Sand zu testen. Auch wenn sie die Landung nicht ganz so hinbekommen, wie sie es sich vorgestellt hat, steht sie wieder auf und ist ein echter Kämpfer. Ein Mund voll Sand im Tausch gegen eine wertvolle Lektion, wo man nicht mit dem Roller fahren sollte, ist es wahrscheinlich wert, solange sie es nicht noch einmal versucht. Im Februar 2020 wurden zwei ähnliche aufeinanderfolgende Vorfälle nach dem Motto, wenn du es einmal tust, tust du es nie wieder, mit der Kamera festgehalten. Beim Spielen in einem Park in Großbritannien verlieht ein Junge auf spektakuläre Weise den Boden unter den Füßen, als er versucht, in eine schlammige Pfütze zu springen. Da sein Gesicht völlig mit Schlamm bedeckt ist, sollte man meinen, dass seine jungen Freunde wissen, wie sie einen ähnlichen Fehler bei ihren Sprüngen vermeiden können. Aber das Mädchen, das als nächstes an der Reihe ist, scheint nur die falsche Technik zu lernen, um einen Matschkuchen nicht zu essen und macht das hier. In einem Crashkurs in Schwerkraft und Akrobatik lernt das Mädchen, dass man seine Beine bewegen muss, um erfolgreich zu springen und nicht auf dem Bauch zu landen. Aber ich bin mir sicher, dass diese Kinder nicht noch einmal so einen Flop machen werden. Unerwartete Überraschung Wenn du unter leichten körperlichen Schmerzen leidest, kann eine Aspirin ein Wunder bewirken. Doch leider wurden die Bemühungen der Reddit-Nutzerin, Cat of the Essence, ihre Kopfschmerzen zu lindern, auf die denkbar schlechteste Art und Weise vereitelt, als sie spät nachts nach Schmerztabletten kramte. Sie schnappte sich eine Pillenflasche, öffnete den Deckel und versenkte ein paar Aspirin bereit zur Linderung. Doch die Erleichterung wich bald dem Entsetzen, als sie ihren Fehler bemerkte. Da sie von einem langen Tag erschöpft war, hatte sie nicht bemerkt, dass sie statt Aspirin etwas mit einem sehr ähnlichen Etikett und sehr ähnlich aussehenden Pill eingesteckt hatte. Abführmittel. Sie bemerkte ihren Fehler erst, als sie eine Stunde später von dem plötzlichen starken Drang, ihren Darm zu entleeren, heimgesucht wurde. Anstatt schmerzfrei ins Bett zu gehen und den dringend benötigten Schlaf zu finden, musste sie auf die Toilette. Und das Schlimmste daran, sie hatte immer noch Kopfschmerzen. Der 335-jährige Krieg In den 1980er Jahren erforschte der Historiker Roy Duncan die Ursprünge einer Geschichte, die er, wie viele andere auch, für einen Mythos über die Silly-Inseln hielt. In der Erwartung, eine lokale Legende zu widerlegen, hätte er das Ergebnis der Nachforschungen nie erahnen können. Der Mythos besagte, dass im Jahr 1651 zwischen den Niederlanden und den Silly-Inseln, einer kleinen Inselgruppe vor der Küste Cornwalls in England, der Kriegszustand erklärt wurde. Gerüchten zufolge wurde dieser Krieg nie offiziell mit einem Friedensvertrag beigelegt, obwohl es seit über 300 Jahren keine Kämpfe mehr zwischen den beiden Ländern gegeben hatte. Als Roy Duncan sich aufmachte, die Sache mit dem Blick eines Historikers zu untersuchen, war er sich sicher, dass es sich lediglich um ein Ammenmärchen des Sillys handelte. Doch nach gründlichen Nachforschungen stellte er schockiert fest, dass die absurd erscheinende Behauptung in Wirklichkeit absolut wahr war. Seine Nachforschungen ergaben, dass den beiden ungleichen Feinden während des englischen Bürgerkrieges tatsächlich der Krieg erklärt worden war. Dies geschah, nachdem die Niederlande eine Entschädigung für die von den englischen Royalisten verursachten Schäden in ihrer Flotte gefordert hatten. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Royalisten den Bürgerkrieg gegen Parlamentarier verloren und waren gezwungen, sich auf die Silly-Inseln zurückzuziehen. Dort kam ihnen die Marine auf die Spur und als ihre Forderungen nach Reparation abgelehnt wurden, erklärte der niederländische Admiralleutnant Martin Haberts zu Tromp den Silly-Inseln den Krieg. Diese Kriegserklärung war, wie sich herausstellte, nie beschlossen worden. Also lud Roy Duncan den niederländischen Botschafter ein, die Inseln zu besuchen, um den sogenannten Konflikt endlich zu lösen. Er willigte ein und scherzte, dass es für die Bewohner der Silly-Insel beängstigend gewesen sein muss, zu wissen, dass die Niederländer jeden Moment hätten angreifen können. Am 17. April 1986, genau 335 Jahre nach der Erklärung eines der längsten und am wenigsten blutigen Kriege der Geschichte, wurde offiziell Frieden geschlossen. Roy Duncan wollte beweisen, dass eine absurde Behauptung nicht mehr als eine Legende ist und hat dabei versehentlich einen aktiven Krieg aufgedeckt und gelöst. Tumblebot 9000 Wenn du an Roboter denkst, stellst du dir wahrscheinlich futuristische Wunderwerke der Technik vor. So optimistisch dachten auch die Behörden von St. Louis im Jahr 2016, als sie einen Roboter einsetzten, um einer möglichen Bombendrohung zu begegnen. Doch trotz der fortschrittlichen Technik, die für den Einsatz des kleinen, fahrenden Roboters verantwortlich war, war er weit davon entfernt ein echter Ersatz für Menschen zu sein. Seine Mission begann gut und er fuhr selbstbewusst zum Einsatzort, um zu verhindern, dass Menschen in Gefahr gerieten. Der Roboter lernte jedoch bald, dass die reale Welt eine grausame Geliebte sein kann und Minuten später wurde ihr auf einem Hügel abgebildet, wo er umgefallen war. Zum Glück erwies sich die Bombendrohung als nichts weiter, als ein unbeaufsichtigtes Paket, aber wenn der Roboter das nächste Mal gebraucht wird, wird er sich hoffentlich besser in einfachem Terrain zurechtfinden. Spitze Landung Das Problem bei extremen Aktivitäten wie Gleitschirmfliegen ist, dass, wenn etwas schief geht, im schlimmsten Fall eine ernsthafte Gefahr oder im besten Fall eine unerwartet unangenehme Landung droht. Letzteres ist ein Paar zusammengeschnallter Gleitschirmflieger in Pokhara in Nepal. Im Oktober 2020 passiert. Während eines atemberaubenden Gleitfluges versuchte der Steuermann nach unten zu fliegen, damit er und sein Passagier anmutig knapp über dem Wasser gleiten konnten. Unglücklicherweise waren weder der Wind noch die Steuerung zu seinen Gunsten und als er die Kontrolle verlor, passierte folgendes. In einem Augenblick wechselte der Gesichtsausdruck des Passagiers von Freude zu Schock, als sie unerwartet ins Wasser stürzen. Die Landung war zwar unangenehm, aber nicht so schlimm, wie sie ein Land oder auf einem Vulkan hätte sein können. Trotzdem schien der Passagier dieses ungewöhnlichen Tandems nicht besonders erfreut darüber zu sein, sein Leben in die Hände von jemandem zu legen, der die Wasserlandung nicht vermeiden konnte. Toilettenhumor Wenn jemand einen Witz zu weit treibt, ist es meistens die Person, die den Witz erzählt. Der legendäre amerikanische Late-Night-Moderator Johnny Carson hat es mit einem seiner Witze zu weit getrieben und sein Publikum hat nicht gemerkt, dass er überhaupt einen Witz gemacht hat. In einer Folge der The Tonight Show aus dem Jahr 1973 verkündete Johnny Carson scherzhaft, dass in Amerika ein akuter Mangel an Toilettenpapier herrsche. In Wirklichkeit hat er die Aussage eines Kongressabgeordneten, dass es in einigen Monaten zu einem Mangel an Toilettenpapier kommen könnte, nur aus komödiantischen Gründen übertrieben. Der Kongressabgeordnete bezog sich allerdings auf ein kommerzielles Toilettenpapier für Soldaten und Bürokraten, nicht auf das Papier, das von der Öffentlichkeit benutzt und in Geschäften verkauft wird. Johnny hat das in seinem Witz jedoch nicht erwähnt, was dazu führte, dass große Teile des 20 Millionen Publikums in die Lebensmittelläden strömten, um sich einzudecken. In einer Klopapierpanik, die mit der großen Klopapierpanik von 2020 vergleichbar ist, stürmten die Bürger der Vereinigten Staaten massenhaft in die Regale mit Wischpapier. Der Effekt war so groß, dass es New York City zu einer echten Knappheit kam und die Regale erst nach drei Wochen wieder voll waren. In einer späteren Folge der Tonight Show stellte Carsten schließlich klar, dass er einen Scherz gemacht hatte und entschuldigte sich dafür, dass er versehentlich eine Toilettenpapierknappheit ausgelöst hat. Verglichen mit dem Klopapiermassaker von vor drei Jahren zeigt, dass auch nach 50 Jahren haben sich die Menschen nicht großartig verändert, vor allem, wenn es ums Abwischen geht. Kleptomanischer Anfall Laut dem australischen Mann, der in diesem nächsten lustigen Video vom November 2020 zu sehen ist, gibt es an einem warmen Abend nichts besseres als ein Bier und ein paar Snacks. Für die Nicht-Australier unter den Zuschauern ist ein Snack, eine Wurst, am besten gegrillt. Aber als dieser entspannte Australier seinen entspannten Abend vor der Kamera mit der Welt teilte, wurde sein Snack von jemandem gesnackt, der keine Einladung zur Würstchenparty hatte. Schau's dir an. Perfektes komödiantisches Timing. Ein Vogel in der Nähe, ein Kokabura, stürzt sich auf den leckeren Snack und snackt ihn. Es überrascht nicht, dass die Snack-Gang gleichermaßen verwirrt und amüsiert ist über den Überfall im Vorbeiflug. Aber wenn es um ein Barbecue geht, sollte man den Reichtum immer teilen, oder? Drive-Thru Chaos Wenn Kinder im Spiel sind, kann eine Veranstaltung, die sonst einfach nur Spaß macht, schnell in ein totales Chaos ausarten. Das musste eine Familie aus North Carolina im Juni 2020 feststellen, als sie einen schönen Familienausflug in einen Drive-Thru Zoo machten. Alles lief gut, bis sich eine Gruppe von freundlichen Rindern dem Auto näherte und ihre neugierigen Köpfe durch die offenen Fenster steckten. Die Rinder waren zwar harmlos, aber die Kinder am Auto sahen das nicht so und fingen an zu schreien, was zu einem totalen Chaos führte. Die Tante der Kinder ist auf dem Beifahrersitz, weil sie vor Lachen schreit, während die Oma verzweifelt versucht, die Kontrolle wieder zu erlangen und die Kinder auffordert, die Tiere zu verscheuchen. Außerdem wird das Kind auf dem Beifahrersitz von dem stechenden Geruch des Viehs schnell übel und übergibt sich aus dem Off auf den Schoß seiner Tante, die trotzdem weiter vor Lachen weint. Was für ein toller Kerl! Die Kinder sind die I'm trying to go. Oh, wait a minute, who finna er in der Schule? Go, 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 go! We don't have nothin' for you! Hey, 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 hey! He threw up! He threw up! What, that big animal right there made me throw up? It's nasty! I'm trying to go. Noch nie ist ein Plan so drastisch von einem netten, ruhigen Familienausflug in den Zoo in ein so hemmungsloses Chaos abgewichen. Nun, zumindest ohne, dass jemand von einem Tier gefressen wurde. Aber im Gegensatz zu diesem erstaunlichen Clip wäre das nicht so wahnsinnig lustig. Ein letztes Missgeschick Wenn der letzte Vorhang fällt und du aufhörst zu leben, gibt es zumindest einen positiven Aspekt. In der Regel bedeutet das, dass dir nie wieder etwas Schreckliches zustoßen wird, denn dein Leben ist vorbei. Aber ein unglückliches Mitglied des Clubs der kürzlich Verstorbenen hatte einen letzten schlechten Tag, nachdem er 2013 den Löffel abgegeben hatte. Auf den Aufnahmen aus Drogada Irland sieht man, wie ein Sarg aus dem Leichenwagen baumelt, der den Verstorbenen sicher zur letzten Ruhestätte bringen sollte, als ob sie nicht schon genug durchgemacht hätten. Wie sich herausstellte, hatte der Bestatter den Sarg nicht richtig im Leichenwagen eingespannt, sodass er aus dem hinteren Fenster schoss, als er an einer Ampel beschleunigte. Es freut dich sicher, dass die Person, die das Foto gemacht hat, aus ihrem Auto gestiegen ist und dem Bestatter geholfen hat, der gelindege Sarg ziemlich verzweifelt gewesen sein muss. Aber erst nachdem er ein Foto geschossen hatte, das der Inbegriff des schwarzen Humors ist. Um das Ganze etwas weniger düster zu gestalten, stellen wir uns einfach vor, dass in dem Sarg ein Vampir liegt, der versucht, in die Freiheit zu gelangen. Kulinarische Katastrophen Eines der häufigsten Dinge, die schief gehen, ist der Versuch, ein neues Rezept zu kochen. Wie oft ein Kochanfänger versucht hat, dieses süße Omelette nachzumachen, ist unbekannt, aber wenn man bedenkt, dass dies das Ergebnis der Bemühungen war, bezweifle ich, dass er es nochmal versuchen wird. Wahrhaft, grauenhaft. Das gleiche gilt für den Versuch eines Hobbybäckers, diese Spongebob-Kekse nachzubacken. Ja, ich wollte heute Nacht eh nicht schlafen. Dieser hängende Versuch, einen Schlumpf-Cupcake zu backen, schien zu sagen, bitte töte mich, ich kann nur leiden. Und lass mich gar nicht erst anfangen mit diesem höllischen Elmo-Kuchen. Aber andere kulinarische Katastrophen sind weniger furchterregend und eher erbärmlich, wie zum Beispiel der Versuch, der Frau eines Redditors Croissants zum Frühstück zu machen. Volltreffer. Oder der Versuch, dieses Im-Girl-Nutzers ein Food-Network-Rezept für Brown Sugar Pecan Bears nachzumachen. Wenigstens hat er es versucht, aber dieser amtierende Meister der kulinarischen Katastrophen ist der Reddit-Nutzer, der für diesen Beitrag verantwortlich ist. Falls du es nicht erkennen kannst, das ist eine Kartoffel. Ja, sie leuchtet wie ein Feuer des Schicksalsberges. Der ungeschickte Koch behauptete, die Kartoffel 10 Minuten lang in der Mikrowelle erhitzt zu haben, was zwar etwas übertrieben ist, aber das Ergebnis ist trotzdem extremer, als man erwarten würde. Einige Kommentatoren stellten die Theorie auf, dass dieses totale Desaster durch Schmutz oder Keime auf der Kartoffel verursacht worden sein könnte. Aber die Erklärung bleibt ungewiss. Was auch immer die Ursache war, sie verwandelte das einstige Wurzelgemüse in einen persönlichen Vulkan. Und das ist in gewisser Weise wirklich beeindruckend. Äste von oben Da Bäume so groß sind, können sie eine Gefahr darstellen, denn Menschen versuchen, sie zu fällen. Sogar morsche, tote Bäume. Menschen, die mit dem Fällen von Bäumen ihren Lebensunterhalt verdienen, wissen das besser als jeder andere und machen in der Regel einen großen Bogen um die Bäume, bevor sie sie zu Boden reißen. Doch manchmal kann selbst ein gut geplanter und gut durchgeführter Baumfällvorgang unerwartet gefährlich werden, wie eine Gruppe von Baumfällern im Jahr 2018 feststellen musste. Als sie eine alte, tote Kiefer im Camp Hill, Alabama aus scheinbar sicherer Entfernung fällten, passierte folgendes. Wenn man bedenkt, wie schnell der verirrte Ast herüberflog, kann man nur von Glück reden, dass sie Schutzhelme trugen. Wenn ein so schwerer Ast so weit auf den Boden fällt, erzeugt er eine enorme Kraft. Und in diesem Fall sieht es so aus, als ob der Ast von einem anderen, größeren Stück geschleudert wurde, das auf ihm landete, ihn umdrehte und mit beängstigender Geschwindigkeit vorwärts schleuderte. Während einer der Männer einen relativ leichten Aufprall an der Hand erlitt, als der schwere Ast vorbeiflog, blieben alle anderen wie durch ein Wunder unversehrt. Es hätte viel schlimmer kommen können, aber ich wette, die Jungs haben den Abstand zwischen sich und dem nächsten Baum, den sie fällten, noch verdoppelt. Der Preis der Schönheit Einer der schlimmsten Momente, in denen ein Plan schief gehen kann, ist, wenn jemand aktiv versucht, etwas zu tun, um sich zu verbessern. Vor allem, wenn sie versuchen, sich selbst ein bisschen schöner zu machen. In den letzten Jahren gab es einige Fälle, in denen Menschen versucht haben, sich zu verschönern und dabei das genaue Gegenteil erreicht haben, und zwar dank Haarfärbemittel. Viele Haarfärbemittel enthalten leider eine Chemikalie namens Paraphenylendiamin, die bei manchen Menschen schwere Reizungen und allergische Reaktionen hervorruft. Leider bemerken viele Menschen, die darauf allergisch reagieren, das erst, wenn sie sich beim Färben der Haare auf den Kopf schmieren. Das Ergebnis ist, dass etwas, von dem sie nicht einmal wussten, dass sie dagegen allergisch sind, eine verrückte Reaktion auslöst, die sich etwa so darstellt. Die extremen Schwellungen entstehen, weil das Immunsystem des Körpers auf das Allergen reagiert und sich dadurch Flüssigkeit unter der Haut ansammelt. Da beim Färben der Haare so viel von der Chemikalie verwendet wird, um die gesamte Kopfhaut zu bedecken, erreicht die Schwellung gelegentlich diese lächerlichen Ausmaße. Die meisten dieser unglücklichen Reaktionen führen zu einer sehr peinlichen Fahrt in die Notaufnahme, um behandelt zu werden, bis der Kopf der unglücklichen Person wieder ein normales Ausmaß angenommen hat. Wenn du also eine neue Haarfarbe probieren möchtest, solltest du erst eine winzige Menge testen, bevor du deinen Kopf mit etwas bedeckst, das dich in einen menschlichen Luftballon verwandeln könnte. Kennst du den Spruch, deine Augen waren größer als der Bauch? Nun, ein grüner Laubfrosch aus Australien beschloss im November 2020, diese Redewendung auf die Spitze zu treiben. Der hungrige kleine Kerl versuchte, eine ganze menschliche Frau zu seinem Abendessen zu machen, nachdem sie ihm eine leckere Fliege angeboten hatte, mit einem urkomischen Ergebnis. Offensichtlich sah der Frosch die Fliege nur als Appetitanreger und verwechselte den Finger möglicherweise mit einem großen saftigen Wurm. Leider hat sich sein Ehrgeiz nicht ganz ausgezahlt und er musste sich mit einer Mahlzeit beglügen, die er einfach nicht runterstucken konnte. Aber wer kann es dem kleinen Kerl verdenken, wenn er von etwas Größerem träumt? Es zerschmettern! Für jemanden, der nicht über die nötige Aufmerksamkeit oder Pedalkontrolle verfügt, kann die einfache Aufgabe, ein Auto einzupacken, schnell zur totalen Katastrophe werden. So erging es einem kalifornischen Autofahrer, der 2018 in einem Parkhaus auf das Gaspedal statt auf die Bremse trat. Während das Durchfahren von Leitplanken in fünf Stockwerken Höhe normalerweise den sicheren Tod bedeuten würde, hatte er großes Glück. An den starken Metallseilen aufgehängt, stürzte das Auto nicht auf den Boden und der Fahrer blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Ein weiterer Fall von erschreckender Pedalkontrolle mit einer ironischen Wendung geeignete sich 2017 in New Jersey, als eine Frau buchstäblich durch die Wand einer Drive-Thru-Apotheke fuhr. Entweder hat sie einen schweren Fehler begangen, indem sie das falsche Pedal betätigt hat, oder sie hat das Konzept eines Drive-Thru ernsthaft missverstanden. Das Gute daran ist, dass der Parkplatz wie angegossen passte. Und dann ist da noch dieser Typ, dessen Plan für einen schönen Tag mit dem Motorrad nach dem Einparken total schief ging. Zum Glück hatte er wenigstens ein alternatives Fahrzeug, mit dem man nach Hause fahren konnte. Aber manchmal sind unerwartete Missgeschicke im Auto nicht die Schuld des Fahrers. Nimm zum Beispiel dieses Bild, das dir die Augenbrauen zu Berge stehen lässt. Das war das Ergebnis, als das Hochwasser eine moderne motorisierte unterirdische Minigarage kurzschloss und sie dadurch beschädigte. Die Anlage hob sich und zerquetschte das obere Fahrzeug, während das darunterliegende von den Fluten zerstört wurde. Es war wirklich eine Schande, aber ich muss sagen, dass die Zerstörung beider Luxusautos durch deinen persönlichen mechanischen Autostapler definitiv nur ein Problem reicher Leute ist. Gütesiegel Beim Tauchen können viele Dinge schief gehen, vor denen viele schlichtweg schrecklich sind, aber bei einem Taucher gingen die Pläne im Mai 2020 auf eine Art und Weise schief, die eher niedlich als beängstigend war. Beim Tauchen vor der Küste von Northumberland, England, trat Ben Burwell auf ein paar freundlicher, neugieriger Robben und versuchte, ihre Begegnung im Video festzuhalten. Womit er aber nicht gerechnet hatte, war das Interesse, dass eine der Robben an seiner Taucherhaube zeigen würde. Während die andere Robbe ihn mit ihrem niedlichen, schnurrenden Gesicht ablenkte, versuchte die boshaftere Robbe, die Haube zu ihrer eigenen zu machen. Sehr zur Überraschung des Tauchers. Der Robbe gefiel die Haube offensichtlich, aber sie war enttäuscht, dass sie festsaß. Zum Glück verlor sie nach einem Moment das Interesse, denn mit ihren scharfen, gezackten Zähnen hätte sich das Meeressäugetier wahrscheinlich sowieso davon machen können, wenn sie es wirklich gewollt hätte. Aber die Robbe war entweder zu höflich oder entschied einfach, dass die Haube doch nicht der Fall ist. Wie auch immer, der Taucher war sicher sehr erleichtert, dass er sich nicht gegen diese Beißer wehren musste. Sind bei dir auch schon mal Pläne spektakulär an die Hose gegangen? Lass es mich in den Kommentaren wissen und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.